Und los! Gut, den hast du gehalten. Ah, der ist vorbei. Gut, der ist raus. Den nehmen wir weg. Oh, der nächste kommt. Ah, der geht auch vorbei. Guck mal, die kann man schön anschubsen mit dem kleinen Smart. Ja. Ich muss dieser scheiß Hupe. Immer drück ich auf die Hupe. Ah, hier kommt noch einer zurück. Foul. Ich hab den Torwart angegriffen. Der zählt, der gilt es nicht. Ich hab den Torwart angegriffen. Der zählt nicht. Oh nein! Mein Spieler hängt fest. Der zählt nicht. Geh mal einen Schubs. Jetzt hängt deine auf fest. Ne? Ups. Ah, gut, alles klar. Den holen wir uns mal einen von den großen. Gewalt, da muss ich ja rennen. Man kann ja nicht setzen. Nimm du, kann man nicht zu zweit? Ne, ich glaub, wir schmeißen mich dann raus. Mach mal, ich will mal gucken. Schmeiß ich die raus? Ja. Gut. Gut war ein Versuch. Warte. Du musst langsam fahren. So weit, so gut. Ja. Oh nein! Schwäche. Warte. Wo denn die Pulser? Damit kannst du aber kein... Oh! Ne, damit kannst du, glaub ich, den Dings nicht rausholen. Damit kannst du aber den Torwart machen. Ja. Vielleicht können wir damit auch die Bälle ordentlich anschubsen. Vielleicht geht das ja auch. Gut, du nimmst einen, ich nimm einen. Gut. Warte. Äh. Jetzt geht los. Gut, im Moment hast du noch Führung. Du hast fünf, ich hab nur zwei. Im Moment führst du. Ja. Also darfst du mich... Darfst du mich fünfmal umlegen und ich darf dich dreimal umlegen. Gut. Wollte schon sagen, jetzt macht er mich platt. Das geht nicht. Doch. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaub, ich komm hier nicht mehr hoch. Ich glaub, du musst mich kalt machen. Ich wurde irgendwie neu gespawnt. Wo bist du denn? Ich bin unten am Strand. Geh mal hoch und hol dir ne Knarre. Hier. Irgendwo liegen da Kanonen. Ich komm da nämlich nicht hoch. He. 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 So. Ja. Wo ist er denn? Hier steht er. Am Pier. Kann man sagen. Da. Oh Treffer. Da hatten auf den Dings liegen auch ganz viele. Oh. Da. Ja. Hier hat sich einer aufs Maul gelegt. Ja. Genau hier. Hier ist auch alles verteilt. Da. Oh. 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 Oh weggepustet. Oh. 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 Oh weggepustet. Oh. Nein. Oh. Nein. Ich hab den Smart geschrottet. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Schiedsrichter sind tot. Hier. Hier. Ich hab den Schiedsrichter getötet. Genau. So. 1-1. Hier darfst du noch. Ich darf noch eins. den Kräfer machen. Wo ist er denn? Seh ich gar nicht. Ich bin jetzt gerade auf der roten Seite. Ich renne jetzt gerade hoch. Hallo. Bebebe. Brutsch. Nein. Need gut. Ouch. Klab er, klab er, klab er, klab er, klab er. Oh nein. Bäh 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 Hehehe Ich habe die Röschachter Ohhhh Das war eine Riesenmücke Gut, ich habe meine zwei weg Ich darf ohne noch zweimal Wunder Ich bin ganz oben Oh He Heh Gut, ich darf ja nicht mehr hauen Oh Komm her Oh 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 Er will sich prügeln Oh Oh Er voll erwischt Hops Oh Ich zieh Hoppy 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 Schmetter Schmetter Rolle seitwärts Geht nicht Geht nicht Der nicht Oh Gut Oh Gut Gut Jetzt spielen wir Katze Maus Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit Ich setze mich an Auto und du versuchst mich zu snipeern Gut Sobald Auto platten hat Sobald Auto platten hat Ah die haben wir gar keine platten Doch die kleinen kriegen platten Sobald die platten hat müssen die stehen bleiben Such dir einen guten platz und dann kannst du anfangen zu snipey Oh der war gut Oh Einen hat er schon Einen hab ich schon getroffen? Einen platten hat schon Ja Bisschen Ablenkung Manöver Der nicht so platten Ich hab den zweiten Jaja Welcher ist denn? Hä? Welcher war denn vorne glaube ich bei der Seite ne? Ja vorne hast getroffen Oh der hat das Licht ausgeschossen? Hä? Ja Der hat das Licht ausgeschossen Hä? Ja Ja der kann nicht mehr Und du hast gewonnen Ja Mit 5 Oh 13.000